Ich fühle mich sehr geehrt. Ich kam mir selbst ein bisschen vor wie ein Rausch. Dann muss auch mal gut sein. Ich habe mich bei so vielen Leuten zu bedanken. Also wir haben eben viele Ausschnitte gesehen, dass für mich das Allerlustigste war. Tatsächlich, das mit Abstand Lustigste für mich war die Tatsache, dass ich beim Kanzlerduell dabei war. Da könnte ich mich heute noch drüber beömmeln. Also ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. Ja, im Prinzip bei allen, die bei uns in der Firma dafür gesorgt haben, dass wir ein wenig gute Unterhaltung auf die Beine stellen können. Da muss ich mich natürlich noch bedanken bei meinem treuen Begleiter Elton. Einen besseren Turmspringpartner hatte ich wirklich nicht verdient. Ja, und dann selbstverständlich vielen Dank an unser Publikum, die oft lange wach geblieben sind. Aber das heißt noch nicht, dass wir den Rekord noch nicht aufgestellt haben. Es ist noch möglich, den Rekord noch mal zu verbessern. Ich Ja, ich werde das nitrogen haben. Enerved auf die Beine分鐘. Ich denke, das heißt noch. Ich glaube, das ist ein bisschen jeunes, also für ich taped und weren't. Was haben eine Test reiterate? Ich bin too Wireless.